Fahren Sie ein Elektroauto? Haben Sie Probleme mit einem verwickelten Ladekabel? Keine Lust mehr auf schmutzige Hände? Wir haben eine einfache Lösung. Retraktor e.V. Pneumatico. Halterungen vor Ladekabel. Super starkes und leises Seil. Dyneema 3 Meter lang. Um 180 Grad drehbares Gehause. Drehbarer Griff, um ein Verdrehen des Kabels zu verhindern. Gummistoßfänger. Gehäuse aus Stahl, verzinkt, pulverbeschichtet. Wirkung ohne Retraktor. Das Kabel liegt auf dem Boden. Wirkung mit Retraktor. Das Kabel ist sicher aufgehängt. Retraktor e.V. Pneumatico. Eine innovative Lösung für die gewerbliche und private Nutzung. Retraktor e.V. Pneumatico. E.V. Pneumatico.